Die Vorlagen und Ressourcen, die ich dir vorbereitet habe und die ich dauernd ergänze und auch neue anpasse, wenn du Ideen und Vorschläge hast, nur zu, dann machen wir das noch mehr. Die hast du im Income Innovation Kurs selbst drin und auch im Raketenstart habe ich dir das Ganze verlinkt. Also wenn du dich eingeloggt hast, wir schauen das kurz an. Ich habe dir ganz viele Pins, Pins deshalb, weil es auf Pinterest einfach eine schnelle, einfache Lösung ist, einen Pin zu setzen, zu verlinken, zu deinem Affiliate-Link, zu deinem Blog vielleicht, zu deinem Artikel, irgendetwas von dir, wo du danach auf diesen Kurs, auf den Raketenstart oder auf Income Innovation oder auf Happy Money Girl, dem Member-Bereich, empfehlen möchtest. Du kannst jeden einzelnen Pin dann auch bearbeiten. Wir schauen uns jetzt das kurz an. Das ist hier nur eine schnelle Übersicht. Wenn du hier draufklickst, öffnet sich Canva. Du brauchst dazu den Canva-Account, aber du bist ja bei mir im Kurs drin. Du weisst das, der ist gratis. Dann kannst du das nutzen. Dann speichere ich dir hier deine Bilder runter, damit du diese auch selbst noch anpassen kannst, vielleicht für deine Farben, für dein Branding, wie du das gestalten und haben möchtest. Also wir klicken hier auf das Bild oder hier oben, wie auch immer, an und dann öffnet sich Canva. Jetzt bin ich natürlich eingeloggt. Bei mir sieht es da ein bisschen anders aus. Du erhältst dann eine Kopie. Du erhältst eine Kopie. Bitte mach. Also du erhältst den Zugriff auf meinen Ordner, auf den Ordner Pinterest. Pin Happy Money Girl Members ist einer. Der zweite schauen wir nachher auch an, vom Raketenstart und Income Innovation. Da ist es mehr detailliert, aber dazu gleich mehr. Also du erhältst hier den Zugriff. Mach eine Kopie vom Ordner und dann kannst du diese auch selber bearbeiten. Du siehst hier, ich habe dir momentan, das sind so Beiträge, die ich mal gemacht habe, 83 Beiträge. Hier geht es einfach allgemein ums Geldthema und das möchte ich dir auch ans Herzchen, wenn du postest oder so, gib nicht immer den Satz weiter, online Geld verdienen oder finanzielle Freiheit, finanzielle, einfach diese typischen, die sind so verdroschen, diese Aussagen, das möchten die Leute nicht hören und dann bekommen sie Angst. Ach, das ist eh so ein Geldverdienending, obwohl es natürlich das ist, aber es ist eine richtige Basis. Wir lernen ja hier wirklich etwas Handfestes, eine Fähigkeit und nicht einfach nur, wie man da online irgendwo schnell, schnell mit weiteren Empfehlungen Geld verdienen kann, sondern wirklich etwas aufbauen kann. Also hier hast du die Pins, die kannst du anpassen, du kannst diese auch für Instagram nutzen, teilweise, weil es sind ja von der Grösse her, manchmal kannst du das mittlere Bild einfach nur nehmen und auch hier, wenn du jetzt hier siehst, dauerhaft, manchmal einfach nur ein Wort, einfach etwas, wo man gerne anklickt, zu schauen, was könnte dahinter sein. Es muss nicht immer alles zu Beginn schon ersichtlich sein. Zum einen kannst du wahnsinnig tolle Hooks erstellen, wo man sagt, oh ja, das will ich wissen, da will ich draufklicken, dann musst du aber dazu einen Beitrag erstellen. Also wenn du dann sagst, jawohl, diese drei Tipps haben mir persönlich geholfen, um das und das zu erreichen. Oder einfach so. Wenn du natürlich von dir selber sprichst, ist das immer am einfachsten und am glaubwürdigsten. Also du kannst diese anpassen und nutzen. Das sind so neutrale und auch hier, egal, wenn es ein Dauerauftrag ist, hier würde ich jetzt vielleicht auf den Happy Money Girl Member Bereich verlinken, aber auch da, auch diesen kannst du nutzen, um den für den Raketenstart zu verwenden. Dann könntest du einen Text dazu noch machen, gerade bei Pinterest. Schau, sobald du zusätzliches Geld verdienst, richte dieses zusätzliche Geld als Dauerauftrag für deine Altersvorsorge ein. Also aus jedem Ding kann man das Ganze immer ableiten. Wir brauchen nicht die gleichen Inserate, die gleichen Anzeigen, die gleichen Ideen, sondern man kann wirklich aus allem, du kannst auch deine persönlichen Bilder damit reinbringen oder dein Bild von dir selber, das ist natürlich authentischer, dass man weiss, ah ok, jawohl, das ist die Person oder wenn du mit dem Thermomix nebenbei Geld verdienst, dann bist du halt immer drauf, da hast du deinen Thermomix vielleicht immer mit auf dem Bild, damit du auch die anderen ansprichst, die mit dem Thermomix arbeiten. Also bleib immer in deiner Nische, in deiner Zielgruppe, denn dort bist du am Vertrauen würdigsten, weil Vertrauen ist das A und O. Wenn wir Vertrauen haben, dann kaufen wir, dann übernehmen wir diese Empfehlungen, dann setzen wir und wenn da kein Vertrauen ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Oder es funktioniert vielleicht einmalig, wenn jemand sehr, sehr gut darin ist, mit dem Textaufbau oder so, aber es ist eine andere Geschichte. Gut, also hier, das sind die Neutralen, wo du anpassen kannst, wie auch immer. Und hier ein bisschen mehr im Business-Bereich. Speziell hier Income Innovation, Raketenstart geht in meinen Augen, es können natürlich auch Moms das Ganze umsetzen. Ich bin einfach nicht die typische, ich bin zwar Mutter von drei Kindern, aber ich bin jetzt nicht die, viele machen momentan Postings, wie verdiene ich Online-Geld als Mami von zu Hause oder mit drei Kindern zu Hause oder so. Das kannst du auch, wenn du der Typ bist. Ich empfehle dir immer, übernimm das, was dein Typ ist. Ich berichte nicht so gerne. Ich bin nicht so die typische Mutter, der Inhalt passt nicht, ich bin eher businessmäßig, ich bin eher trocken, analytisch eher. und ich bastle nicht gerne, obwohl ich sehr kreativ bin. Also von daher, nimm dein Ding und erweitere diesen Bereich. Ob du jetzt Mami bist, ob du selbstständig bist, ob du Angestellte bist, dein Leben als Krankenschwester, dein Leben als Beraterin von irgendeiner Firma, bring das rein und verbinde dann das Ganze. Ich habe hier zwar neutrale Sachen, lernen Online-Geld verdienen mit wenigen Klicks. Du kannst es versuchen. Manchmal zieht es, manchmal zieht es nicht. Also die kannst du alle verwenden, du kannst sie anpassen, machst du wieder eine Kopie davon. Es geht ja darum, wie wir nebenbei mit unserer Tätigkeit, aber wir brauchen nicht mal eine Tätigkeit, wir können ja einfach loslegen und Online-Geld verdienen. Ich finde es einfach schöner, wenn man noch einen Nutzen dazu sieht, wen sprechen wir an, wem möchten wir wirklich helfen und das umsetzen. Also hier, ich habe es ein bisschen hier in meinen Farben zu Beginn, auch Ideen für dich, wen könntest du ansprechen, vielleicht bist du selber eine Yoga-Lehrerin oder eine Ernährungsberaterin, dazu komme ich gleich, oder wie auch immer. Dann erstelle Pins in diesem Bereich, wie ich als Yoga-Lehrerin meine Schüler unterrichten kann und trotzdem gleichzeitig Geld verdienen kann, wie das funktioniert. Ich habe mein Offline-Business auch mit Online-Business ergänzt. Einfach immer so in diese Richtung, was wirklich wahr ist, was ehrlich ist und nicht so eine Einmal-Geschichte und nachher nie wieder. Also ich würde da vorsichtig sein, sondern wirklich mit richtigen Beispielen, so verdienst du als Friseurin zusätzlich Online-Geld, das könnte man besser machen, anders machen, wie auch immer, es muss einfach für einen passen. Du kannst mit mir, mit Income Innovation bei Happy Money Girl mit draufnehmen oder mit deinem Namen arbeiten. Das ist dir überlassen, sind einfach so Ideen, wie du als Beraterin online zusätzlich Geld verdienen kannst. Hier geht es in die Richtung Tupperware, Tupperware, wenn wir dort aktiv sind, wie kann ich das Ganze mit Online-Business verbinden, wie kann ich das Ganze aufgleisen, mit deinem Hobby Online-Geld verdienen. Auch dort sprechen wir diese Zielgruppe an. Ich finde es noch gut, wenn wir einfach nur neutral schreiben, Online-Geld verdienen. Wenn ich eine Thermomix-Beraterin bin, dann ist nicht mein erstes Thema oder dann kommt mir nicht in den Sinn, dass ich Online-Geld verdienen will, denn ich bin ja beratet, ich sehe ja momentan nur das, was ich kenne. Wenn ich Tupperware, dann kenne ich die Partys oder wenn ich das, das, was man mir beigebracht hat, dann kennt man ja nur diesen Weg. Wenn ich Nageldesignerin bin, dann kenne ich nur den Weg, okay, ich mache die Nägel meiner Kundschaft und that's it. Wir müssen den Menschen, den Selbstständigen, den Beraterinnen, wie auch immer, die Idee bringen, wie sie nachher Online-Geld verdienen können. Dann freuen sie sich, aber sie gehen das nicht suchen. Also gehe nicht davon aus, dass da irgendeine Beraterin sucht oder eine Yoga-Lehrerin, wie kann ich jetzt damit Online-Geld verdienen. Das Einzige, wo sie sich vielleicht vorstellen kann, ist, wie kann ich Online-Lektionen anbieten, aber nicht einen anderen Weg, den wir hier lernen bei Income Innovation. Einfach so, dass du ein bisschen verstehst, wie ich das aufgegleist habe. Eben mit deiner Leidenschaft, egal ob du Gärtnerin, Hobby-Gärtnerin, Katzen-Liebhaberin bist, mit jedem Thema können wir hier Geld verdienen, denn wir bringen einen Dienst genau diesen Leuten, die sich auch für eine Katze interessieren oder Hundesitting, ja dazu komme ich auch gleich, da steht, wie du von zu Hause aus Online-Geld verdienen kannst. Man kann es probieren, es geht nicht jeder so suchen, weil es gibt wahnsinnig viel, die natürlich einfach nur schreiben, ja Online-Geld verdienen, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und es gibt auch viel Spam darunter, also als, ja, so Circle-Kreisel, wo man halt investieren muss, dann wieder Leute reinbringen muss, hier musst du nichts mit reinbringen, du lernst etwas anderes. Hier ganz ein grosses, tolles Thema, Maklerinnen, Immobilien, wie Immobilienmakler den Weg zu Online-Digital-Marketing setzen können, auch das wunderbares Beispiel, wie man das verbinden kann, da könntest du 100 Pins machen in diesem Bereich und diese Menschen ansprechen, die dann bei dir lernen oder du mein Produkt ihnen vermittelst, damit sie lernen, wie sie das für ihr Business aufbauen können, denn das sind ja meistens auch Selbstständige in einem Business, also die arbeiten ja meistens auf eigener Provisionsbasis und müssen auch schauen, wie sie das besser oder noch mehr optimieren können, dabei möchten wir ihnen helfen, das digital zu lösen, zusätzlich zu ihrem traditionellen Weg oder wie sie das sonst machen, Fitnesscoach, dasselbe, greif die Themen auf, nimm sie rein, den Link dahinter setzt du immer gleich, also mach dir keinen Kopf oder so, dir geht immer gleich der Raketenstart oder Income Innovation, es geht immer um dasselbe, es geht um diesen Aufbau, um das System dahinter, weil das jeder in seiner Tätigkeit so anwenden kann. Also, du siehst, das sind einfach kurz Beispiele, die du anpassen kannst, auch Kundenfeedbacks, könnten wir mehr nehmen, Foodcoach, dass man mit den Leuten zusammen, oder online, wie kann ich als Koch online Geld verdienen, wie kann ich als Floristin online Geld verdienen, wie kann ich als Bergführerin online, also wirklich volle Randgruppen, also volle Nischen, kleine, kleine Nischengruppen, Randgruppen, wo man vielleicht nicht so viel online findet, aber diese Person sucht dann vielleicht gerade etwas und du bringst die Lösung, du bringst nicht online Geld verdienen, den Koch gibt wahrscheinlich dann auch Kochheim, wie kann ich als Koch online Geld, wie kann ich als Koch mehr Geld verdienen vielleicht, wie kann ich als Schreiner, Schreinerin, oder wie kann ich als Hobbybastlerin, irgend sowas, also lass deine Kreativität frei entlaufen, als Kosmetikerin, Naturkosmetikerin, Wimpernverlängerung, also voll im Detail, irgendeine Fähigkeit, eine Tätigkeit, die du bereits umsetzt, wie können wir das online erweitern, Hundesitting, dann hier ganz einfache, nur mit Text oder so, Raketenstart, in drei Schritten online Geld verdienen, da kannst du anpassen, hier nur als Idee, es geht wirklich, ich habe das kurz mal erstellt, kannst das alles für dich anpassen, ich werde von mir, ich hatte tolle Fotos von mir, aber da war ich überall noch hell, ich kann nicht sagen blau, orange gefärbt, keine Ahnung, ja okay, ja ist halt, wenn man grau ist, wenn man im Alter ist, dann ging es einfacher mit der hellen Farbe, jetzt bin ich zwar wieder auf meiner Naturfarbe, aber ich habe keine Fotos, ich habe, sonst, ich bringe dir dann Fotos, wenn du dich nicht zeigen möchtest und doch, weil Fotos sprechen an Menschen, möchten Menschen sehen, also es ist einfach, sie klicken schneller auf ein anderes Bild, als wenn es einfach so neutral, eben daher arbeitet man immer mit, so meistens mit Menschen auf den Fotos und ja, wenn du da mehr mit mir machen möchtest, dass es wirklich echt ist, dass wir da keine gekauften Fotos haben oder so, werde ich in Kürze noch Fotos von mir reinstellen, die du dann nutzen kannst und sagen kannst, hey, arbeite mit der Nadja oder schau mal, das ist die Digitalisierung mit der Nadja, da mit Nadja online durchstarten, digitalisiere deine Leidenschaft, wie sie hilft, so bist du immer raus vom Ganzen, kannst du es eigentlich nur weitergeben, abgeben, einfacher geht nicht, oder? Also, die Vorlagen findest du in Vorlagen in Raketenstart und Income Innovation, was Pinterest momentan betrifft, erstelle den Pin, das findest du auch die Anleitung dazu, wie du bei Pinterest loslegst, den Link setzt auf deinem Affiliate-Produkt oder eben, ja, du weißt ja, wir lernen hier den Funnel, wenn du den eingerichtet hast, dann natürlich auf den und dann geht es los und dann baust du dir deine Geldquellenmaschine auf. Also, das zur Info wieder, wie das hier funktioniert. und dann geht es. Und dann geht es.